ich grüße euch ihr lieben ein kleiner tipp zwischendurch das ist ja mittlerweile auch eine beliebte rubrik geworden jetzt hier bei mir im patreon kanal und da habe ich immer ganz viel und das ist toll und ein tipp habe ich nun für euch den habe ich persönlich mal bekommen vor ganz vielen jahren